Hallo, ich bin Heigi und ich zeige euch ein paar coole Autos und zwar dieser schöne Ferrari Ferrari 488er GTE Lego Technik präsentiert und ich zeige euch einen coolen BMW Motorrad und das ist der richtig cooles Ding der ist schwer aufzubauen oder der ist sehr schwer aufzubauen aber wenn du gut bist schaffst du das aber Ferrari ist immer noch am besten oder hier ein Wohnmobil ein richtig cooles Lego Volkswagen T2 Bulli tsch ein 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 Bis zum nächsten Mal.